Ab geht's, was? 8 minus 4 plus 1 minus 3 plus 6. Wir müssen die Dinger so drehen, dass 6 rauskommt am Ende. Das ist ja wie schiss. Ich werde mir das Rätsel anschauen und nur die nötigen Sachen anklicken. Nichts mehr. Das Schöne ist, dahinter ist nicht meine Strategie. Das ist einfach nur... Try and fucking arrow it. Ich glaube, ich hab's. Ganz ehrlich, das war ganz simple Mathematik. Nein, was ist wirklich? Ventilrad. Da kann ich Wasser ablassen und dann ist auf einmal... Whisky, genau. Whisky. Das konnte ich vorher nicht sehen. Schön ist... Jetzt, du nervst, ich will Sachen erklären. Meine Schwäche ist es, ich will Liebe. Ach, von wegen. Ähm, ich wollte gerade was erklären. Genau, genau. Ich konnte die Whiskyflasche nicht sehen. Das macht aber Sinn, weil Wasser... Wasser ist ein Medium, was Licht sehr stark bricht, ja? Also das Licht fällt rein. Und... Also stellen wir vor, das ist die Wasseroberfläche, ne? Das ist so, so. Kommt das Licht. Zack, zack. Und dann wird... Und dann geht es nicht so weiter. Sondern es wird gebrochen. Nämlich so. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Diese... Ja, er merkt schon, irgendwas ist, äh, hier nicht richtig. Was habe ich bekommen? Whisky. Ja, hier nimmst du Whisky. Ja, du bist verrückt, aber ist mir eigentlich egal. Ich werde nicht mit dir reden. Das interessiere ich mich nicht. Ich weiß nicht, warum du bist hier. Ich bin hier fünf, sechs Jahre. Ja. Ich schreibe für das Büro. Also, ich schreibe für das Büro. Hier gibt es den Zeitpunkt, gibt es ja nicht mehr Menschen. Ich bin hier letzte Woche. Folle die Geld. Das ist, was sie in der Journalismus-School sagen. Was sie wirklich gesagt haben, war, Folle die Geld, wenn es zu Cedric Astor führt. Als ich nahe der Mann kam, haben sie mich auf die Kurve. Jetzt, wenn du mich entschuldigst, Ich werde fünf Minuten warten. Wer dann immer noch die Flasche oben hat, der Inhalt aber nicht weniger geworden ist, dann weiß ich, er verarscht mich. Ich lasse mich nicht gern verarschen. Alles muss brennen, jawohl, nice. Think positive, guys. Alles muss brennen. Finde ich, nein, ist cool, ist cool. Damit können wir auf jeden Fall gleich die, die, die brennende Feuerpuppe da machen. Wir bitten um Verständnis, dass Sachen frisch zubereitet werden. Ja, scheiß McDonald's. Ohne McDonald's wäre dieses Schild nicht notwendig. Und das, das finde ich widerlich. Ich muss Käse finden. Ich sollte vielleicht mal lesen erst. Das ist Käse. Das ist Käse. Dieses Rätsel ist, glaubt es oder nicht, Käse. Witzig, witzig. Äh, Käse. Das sind Zuckerwürfel. Das ist Käse. Ich glaube, ich nenne die Folge so. Das ist Käse. Und ihr werdet denken, ich habe wieder mega Unlogik entdeckt. Aber es ist wirklich, es ist Käse. Buchstäblich. Like, literally. Und was soll das hier sein? Tampon oder was wollt ihr von mir? Könnt ich davon ausgehen, dass ich Ahnung hab? Bitte. Okay. Dann suchen wir eben Käse. Käse. Ich verstehe nicht ganz, was das hier ist. Wenn ich das wüsste, könnte ich damit vielleicht irgendwas anfangen, aber so. Was? Seit wann hat ein Hase überhaupt Geweihert? Aber das ist eine ganz andere Frage. Ah, auf der Tafel. Okay. Okay. No further fucking comment, you know. Ist mir echt egal. Käsereibe brauche ich wozu? Keine Ahnung, will ich nicht wissen. Dartpfeil, Ballon. Ganz einfach. Federkiel. Brauche ich. Eine L-förmige Form. L für Loser. Das muss man verstehen hier. Da gehen wir mal zu Brennpuppe. Die war bei der Kirche. Und zack. War das ein schönes Geräusch. Das war, es war, ein wirklich beschissenes Geräusch. Das ist ein schönes Geräusch. Das ist ein schönes Geräusch. Das war so lange. Ich konnte es nicht wieder zusammenfassen, selbst wenn ich alle die Pfeife hatte. Na, wollen wir mal eine Runde filmen? In Remembrance of me. Das ist ja gar nicht... Wir brauchen Früchte, Besteck und Glocken. Besteck. Spooky. Besteck. Ah, eine Traube. Da fehlen einige Trauben sogar. Uiuiui. Da sind ja fucking Arbeiten für. Wahnsinn. Da ist eine Traube. Glocke. Okay, Glocke besteckt drei Früchte noch. Das ist noch eine Glocke. Besteck, zwei Früchte. Na gut, eine Frucht ist die Traube. Oder die Rebe. Würde es ja dann heißen. Da ist ein Schlüssel, der mir nichts bringt. Ah, der Deckel. Da hinten drin ist eine Kiwi. Genau. Ich hab das gerade nicht übertrieben. Das war absolut angebracht, die Reaktion. Es fehlen noch Trauben. Ich würde ja sowas fragen, wie sehe ich es nicht? Oder ist das Bild kaputt? Aber ich sehe es ja nicht, wie immer. Besteck. Könnte meine, Trauben sind nicht so schwer zu finden. Ja, von wegen. Ach, der Besteck. Ich dachte schon. Trauben da drinnen. Schlüssel. Yes. Was für ein Schlüssel? Schrankschlüssel. Eine Zahl fehlt. Schauen wir auch noch hin. Rosenkranz. Kerzenalter. Wenn man kann, kann ich eine Kerze von außen nehmen. Ja. Ähm. Wird eigentlich irgendwo gefragt, warum hier eine Puppe gebrannt hat. Draußen. Nicht. Das Licht reicht nicht aus. Wir haben immer gesehen, dass wir uns so ein Ding zusammenbasteln können. Von daher ist es okay. Schlüssel. Das ist ja ein Schrankschlüssel. Das hilft uns nicht weiter. Das ist wie ein... Glasgäuser und ein Docht würde hier noch fehlen, vielleicht. Die Klinge fehlt. Ist es hier das Einzige? Also habe ich die Klinge scheinbar. Okay. Ich korrigiere mich. Ich habe die Klinge nicht. Aber das ist ja gar... Hauptsache ich konnte die Muschel da hinklegen. Aber es bringt mir nichts. Das war doch kein richtiger Hinweis. Das ist so Bullshit. Du brauchst nur ein wenig Salz. Ja, reibt dir was ab. Und dann töten wir die Schnecke kurz. Okay. Es gibt Momente, da muss man nichts mehr sagen. Da spricht das Spiel... ...für sich. Wir wollen Perle. Für den Rosenkranzer brauchen wir nicht zwei Perlen. Noch eine Perle fehlt. Okay. Irgendwas geht hier noch. Ein Schrankschlüssel. Wo brauchen wir... Wo brauchen wir einen... ...Schrankschlüssel? Ja, aber... Das bringt mir ja nichts. Drei runde Schlüssel. Ich habe... Das ist so der Mittelteil von dem Wim-Wim-Wim-Spiel. Du hast ungefähr alles, aber weißt nicht, was du damit anfangen sollst. Weil das, was du hast und die Reste, die du lösen machst, passen einfach nicht zusammen. Das habe ich gar nicht gesehen, dass er... ...dass er gestorben ist. Von übermäßigem Whisky-Konsum. Tut mir leid. Kreuz. L-Schlüssel? Ja, natürlich. Bibliothek immer gleich rein, aber erstmal die Kirche. Das Kreuz. Fertig. Dafür muss ich nicht beten, du kannst auch einfach sagen. Ich wäre schon lange gegangen, wenn ich mich lassen würde. Ich habe übrigens Lust... Es gibt noch so viel zu sehen, wenn ich meine Zeit nicht hier verschwenden würde. Okay, okay, okay. Es gibt noch so viel zu sehen in der Welt. Ich werde... ...bei Zeit nicht hier verschwenden. Ich werde noch im Laufe meets. Ich werde noch einen Lebensstelle runterrech andetählen. Ich werde noch nicht sehen. Ich werde noch ein paar other und natürlich hier independently darunter... Nein. Ja doch. Gib ihm einen Schluck und dann... Ich glaube... Ich glaube, es ist mir tatsächlich egal. Ja doch, doch. Es ist mir egal. Ich glaube, ja. Aber noch einen Schrankschlüssel, mit dem ich nicht anfangen kann. Vigo Carp. Der Tod ist eine Tür, die Zeit ist ein Fenster. Punkt. Rosen. Kann man immer gebrauchen. Rosen. Hier. Schönes für dich. Ja, auf Liebe reagiert das Ding nicht. Kein Wunder, dieser kalten Herzlosenheit. Wie konnte ich nur die Leinendecken vergessen? Ach so, indem ich sie einfach nicht mitgenommen habe. Richtig. Bibel. Rathaus, können wir was machen? Das macht wenigstens Sinn. Da sage ich, okay. Bienen und Blumen. Ja, gut. Dass immer nur irgendwas, was Sinn macht. Schubladen. Ich kann mich an eine Schublade erinnern, aber ich weiß nicht mehr, wo. War das hier? Ah. Diesen Raum habe ich ganz vergessen, um ehrlich zu sein. Muss ich ja beschämt zugeben. Chronologische Reihenfolge. Ich werde jetzt weiter von außen, um sie zu vertauschen. Ich muss die richtige Reihenfolge per Ausschussverfahren bestimmen. Okay. Das ist schön, dass man da durchschauen kann, Leute. Ich kann buchstäblich jede Zahl lesen, die hier steht. 1648 bis 1660. 1612 bis 1643. 1677 bis 1680. Einen. Na gut, diese Zahl kann ich nicht lesen. Das gebe ich zu. 1718 bis 1728. Sind alle nicht alt geworden. 1735 bis 1742. Was? Das ist wahrscheinlich 1671. Ich werde gar nicht fragen, warum alle Kinder waren. Ich werde... Ist es mir egal. Das interessiert mich nicht. Also, chronologische Reihenfolge. Ab geht's. Wer ist der früheste? 1643. 16. 3. Was war der hier? 43. 48. 48. Das ist eine 71. Eine 77. Das ist eine 84. Das ist eine 9. Ach, ich bin dumm. Das stimmt ja nicht. So rum. Cedric Gastur. Das war jetzt gar nicht so schwer. Trotzdem frage ich mich, warum die Kinder waren. Warum? Okay, schön kann ich... Geht nicht. Na gut. Äh... Wir haben jetzt einmal ausgeraged. Wir haben ausgeheult. Jetzt können wir entspannt weitermachen. Ziffernblatt. Im Auto ist nichts mehr. Eine Bibliothek. Da war ich noch gar nicht drin. Stimmt. Entschuldigen Sie. Hab ich vergessen. Kreaturen. Genau. Der Globus fehlt. Leiter kann man immer brauchen. Und das ist ein Wimmelbild wieder. Na gut. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass wir mindestens schon halb durch sind in dem Spiel. Ich frage mich, warum. Und dabei sind wir erst 1,21 dabei. Also es ist... Wir haben quasi noch nichts gesehen von dem Spiel. Trotzdem fühle ich mich, als wäre ich schon fast am Ende. Anspitzer. Anspitzer. Danke. Vira. So. Stempelklemme. USB-Stick. Ah ne, noch nicht. Was genau ist eine Klemme? So ein komisches Zangending, oder? Kann das sein? Achso. Eine Haarklemme. Aber das kenne ich ja als Haarspange. Nicht, dass ich mich damit auskenne. Nie im Leben. Klemme Stempel. Klemme Stempel. Stempel. Ah, okay. Klemme holen wir uns schnell. Hätte ich nicht gesehen. Und wir brauchen eine Schere. Na, was ein Zufall. Dass die genau... Die hätten wir noch gar nicht vorher... So nett dieser neue Mode auch ist, aber es macht einfach keinen Sinn. Ja. Tschüss. Ja.